So wir fahren jetzt mit Trevor zu der nächsten Mission. Ist die einzige die wir momentan überhaupt machen können. Weil von Michael und Franklin können wir eigentlich umschalten. Wo müssen wir denn hin? So und wieder eine extra aufnahme weil die aufnahme war immer noch am gleichen tag wie die anderen beiden enthält hier im radio wieder urheberisch geschütztes material und daher wurde der clip nicht so freigegeben wie es sein sollte. Wir wollten jetzt gerade zu den chinesen fahren. Wie wir daheim losgefahren sind wurde eine neue Mission bei Trevor angezeigt und deswegen bin ich zurückgefahren und jetzt sind wir aus dem Auto. Heißt jetzt geht es wieder zum original kommentar. Ja ich komm ja schon. Ja. 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 Er ist so aggressiv. Was nennen wir denn? Rot oder Blau? Amt Blau? Oder Rot? Auch gut. So, fangen wir mal zu Ammunation. Ich mach erstmal hier die Strecke zu der anderen Mission aus. Die nervt ein bisschen auf der Minimap. Sie sagen, sie unterstützen das lokale Business. Wir werden jetzt wissen, ob das wahr ist. So, wir kaufen uns eine schwerere Panzerung. So, was sollen wir kaufen? Besorgt ihr ein Zielfernrohr und einen Schalldämpfer für das Scharfschützengewehr. So, Scharfschützengewehr haben wir jetzt. Ein paar Schuss. Gut, ja. Also 1000 Schuss. Weichen auf jeden Fall. So, ein Zielfernrohr. Zielfernrohr. Verbessert das Zielfernrohr. und einen Schalldämpfer. Steig auf das Quad. Dann werden wir jetzt mal schön aus der Entfernung die abballern. So, hier entlang. Das Quad hat einen sehr engen Wendetanz. Also, da müssen wir bei den Grenzenwürgerungen aufpassen. So. Noch eins hoch. Auf die Spitze des Wasserturbs. So. Da ist er. Da ist er. Ja. So. Jetzt müssen wir warten. Bis er uns Anweisungen gibt. Gut. Schalte den Biker aus. Gut. Den haben wir geschafft. Gehen sie nach unten. Da kommen die da hinten. Guck. Ich stelle ausgeschossen. Manu? Okay. Also jetzt erstmal warten bis er aussteigt. Oh shit. Wollte einen Headshot machen, aber hat leider nicht geschafft. Das klappt. Na komm. Wo ist denn noch einer? Er ist unten bei der Leiche. Auch weg. Auch weg. Er ist weg. So, der ist weg. So, der ist weg. So. Na komm. Der kommt weg. Der ist auch weg. Und da kommt jetzt ein Hubschrauber oder was. So. Schön getroffen. Sauber Schuss. Ja. Hilf Ron den Flugplatz zu sich an. Okay. Wow. Wow. Was Pumper. Sehr schön. Wo kommt noch einer? Auch weg. Im Hangar. Bloß in der Hangar. Der ist weg. Der ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Nachladen. So, der ist auch. Kommt auch raus jetzt, sehr schön. So, du gibst dich zum Flugzeug. Ja. Kommt, komm! Kommt, komm! Kommt, komm! Da wo die Lampen oieieiei Sehr schön Und weg mit Hinten kommt einer Auch weg Na kommt noch einer? Irgendwo Bisschen schneller, komm Ach da ist einer Scheiße, ich hab jetzt ausgesend das Video ein bisschen weggebrannt Weil ich rennen wollte Und Tschüss Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ja, so. Trevor Phillips Enterprise is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, he won't be paying a bunch of idiots to stand around and cowhide sniff engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows we need a sharp mind running things. I am blessed to be a part of it. So. We have now got a plane. Unfortunately, the speed is broken because I wanted to run. Well, we can't change anything. Someone is out there and wants us to know it. Think it's the fire? It better be drop your load. Don't forget to watch that. No way. No way. I am the first to move. dran fliegen und dann haben wir direkt Flugschrauber und Flugzeuge am Arsch hin. Und wie? So, jetzt müssen wir gegen Ron ein kleines Wettrennen fliegen. Das ist die Militärbasis. Ja. So, auf der Minimap sehen wir jetzt den gelben Punkt. Bei Flugzeugen ist keine Grenzstrecke vorgegeben, also da ist es egal, wie wir da hinkommen, damit es auch den Weg selbst suchen. So. So. Da vorne müsste eigentlich gleich die Landebahn. So, da ist die Landebahn. Fahrwerk raus. Wir können schon mal ein bisschen... Wir brauchen jetzt kein Gas mehr geben. Und wenn wir unten angekommen sind... Wir brauchen jetzt einen Platz. Ich stelle das Flugzeug in den Hand. Das war doch eine schöne Flugstunde. Gut hingekriegt. We got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical Expertise. Managerial Innovations. Unstoppable. All that's right. Now go. I need to meditate. Or masturbate. Beides meditieren und sich einen runterholen. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Zum Verkauf stehende Immobilien sind mit Haus Dollar markiert, gekaufte Geschäftsimmobilien, bla bla bla. Wie Garagen für Autos können erworben und benutzt werden, um eine riesige Anzahl zu speichern. Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen dir wöchentliches Einkommen. Viele Unternehmen erfordern, dass du Verwaltungsmissionen absolvierst, um die Mieteinnahmen zu erhöhen. Puh. Jo, weiter. Ach, da hatten wir jetzt ewig Zeit zu lesen und bei dem vorigen springt es einfach mal so weg. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charaktern gekauft werden. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggelmissionen für Oskar erledigen. So. Bestanden. Der nervöse Ron. Kopfschüsse 4 von 5. Einen haben wir nicht geschafft. Missionszeit war zu lang. Nervöses Zucken. Sechs Brücken. Ein Flieger. Hätten wir unter zwei Brücken mehr durchfliegen müssen. Naja. Kann man nichts dran ändern. Dann. Dann.